Im Idealfall möchtest du, dass deine Katze ihr ganzes Leben lang gesund und glücklich ist. Aber wenn du die Verantwortung für ein Lebewesen trägst, kann es passieren, dass es krank wird oder auch nur einen Gesundheitscheck braucht. Aber natürlich können Katzen nicht sprechen, also musst du auf andere Anzeichen achten. Wenn deine Katze krank sein könnte, kannst du vielleicht körperliche oder verhaltensbedingte Anzeichen dafür erkennen, dass es Zeit für einen Besuch beim Tierarzt ist. Achte auf diese verräterischen Anzeichen, die darauf hindeuten, dass dein Haustier vielleicht nicht zu 100% fit ist. Nummer 1 Haarballen Ein weit verbreiteter und potenziell gefährlicher Irrglaube über Katzen ist, dass sie einfach Haarballen hochwirken können. Ja, sie putzen sich und erbrechen dabei manchmal Haare. Aber wenn du das regelmäßig bemerkst, kann das ein Grund zur Sorge sein. Entweder nimmt die Katze zu viele Haare auf, zum Beispiel bei übermäßiger Fellpflege aufgrund einer Allergie oder es liegt ein Magen-Darm-Problem vor und die Verdauung und Beweglichkeit der Haare im Darmtrakt ist beeinträchtigt. Zum Beispiel bei einer entzündlichen Darmerkrankung. Und selbst wenn es sich nicht um eine Krankheit handelt, gibt es wahrscheinlich einen Grund dafür, den du mit deinem Tierarzt abklären solltest. Nummer 2 Der Appetit ändert sich Behalte im Auge, wie viel dein Kätzchen frisst. Wenn sie plötzlich keinen Appetit mehr hat und nicht mehr frisst, ist das natürlich ein Problem. Aber andersrum kann ein zu großer Appetit ebenfalls auf Erkrankungen wie ein Parasitenbefalle hindeuten. Nummer 3 Gewichtsverlust oder Zunahme Du solltest darauf achten, dass das Gewicht deiner Katze nicht zu stark schwankt, weder nach oben noch nach unten. Plötzliche oder anhaltende Gewichtszunahme oder Abnahme kann ein Hinweis auf ein Problem sein. Um genau herauszufinden, was das Problem ist, lohnt sich ein Besuch beim Tierarzt. Nummer 4 Husten Genau wie anhaltender Husten beim Menschen ein Zeichen dafür sein kann, dass etwas nicht stimmt, kann auch ein Zeichen dafür sein, dass deine Katze krank ist. Insbesondere Husten kann auf eine Atemwegserkrankung wie Asthma hinweisen. Es sieht wahrscheinlich so aus, als ob sich deine Katze erbrechen würde, aber es wird nichts produziert. Nummer 5 Probleme auf dem Klo Ein weiteres offensichtliches, unangenehmes Zeichen dafür, dass mit deiner Katze nicht alles in Ordnung ist, wenn sie plötzlich Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verrichtung ihres Geschäfts hat. Verhalten wie das Urinieren außerhalb der Katzentoilette könnte auf eine Infektion der unteren Harnwege oder Blasenkristalle hinweisen. Und wenn du das Katzenklo säuberst und feststellst, dass sie nicht viel zu produzieren scheint, ist das ein weiteres Warnzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Und Nummer 6 Verhaltensänderung Ja, das ist vage, aber vergiss nicht, dass du deine Katze besser kennst als jeder andere. Und wenn du merkst, dass sich ihr Verhalten ändert, egal ob es sich um größere oder scheinbar kleinere Veränderungen handelt, solltest du das zur Kenntnis nehmen. Dazu gehören Pflegegewohnheiten, Aktivitätsniveau, allgemeine Kontaktfreudigkeit. Also alles, was dir im Alltag deiner Katze ungewöhnlich erscheint. Du musst zwar nicht wegen jeder Kleinigkeit den Tierarzt anrufen, aber signifikante Veränderungen, die dich beunruhigen, solltest du immer einem Tierarzt melden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.